Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. In diesem Video sind wir bei einem verlassenen alten Ballpark. Beziehungsweise er ist eigentlich gar nicht richtig verlassen. Man kann ja natürlich noch fahren, aber er ist halt ziemlich zugelegentlich im Sommer, weil hier selbst jemand mehr fährt. Man könnte hier rein theoretisch aber noch fahren. Aber es ist halt so wie hier jetzt auf dem Weg überall ein Takt zu gewachsen. Also wenn man fahren würde, wollen würde man jetzt eher am Herbst machen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.